Nachdenkseiten Die kritische Website Es gibt Impfschäden und wir sollten sie ernst nehmen. Ein Artikel von Peter Berger, verantwortlich Redaktion. Die Impfdebatte wird immer emotionaler geführt. Dabei geraten vor allem die rationalen Argumente der Kritiker und Skeptiker in den Hintergrund. Das geht so weit, dass Bedenken zur Sicherheit an den Impfstoffen gerne ins Reich der Querdenker und Verschwörungstheoretiker geschoben werden. Dabei spricht sogar das staatliche Paul-Ehrlich-Institut in seinem aktuellen Sicherheitsbericht von mehr als 10.000 schweren Fällen, von schweren Nebenwirkungen und Impfkomplikationen mit immerhin mehr als 1.000 Todesfällen. Diese verteilen sich zwar auf fast 75 Millionen verimpfte Dosen. Zu suggerieren, die Impfung sei vollkommen risikolos, ist jedoch falsch und trägt nicht dazu bei, dass jeder Bürger seine persönliche Impfentscheidung möglichst rational treffen kann. Der Nachdenkseitenleser Peter Berger hat sich die Auswertung des Paul-Ehrlich-Institutes, kurz PEI, genau angeschaut, sich dazu in einem Gastartikel Gedanken gemacht, die wir Ihnen heute gerne vorstellen möchten. Es gibt Impfschäden. Und wir sollten sie ernst nehmen. 10.000 Fälle, das ist doch nicht viel, meint der Epidemiologe, der bei seinen Prognosen und Modellrechnungen mit Millionen Vorkommnissen hantiert. Wie der Politiker. Dessen Geschäft ist die öffentliche Gesundheit, nicht meine private. Auf Einzelschicksale kann er keine Rücksicht nehmen. Ich möchte dieser eher globalen Perspektive die des einzelnen Betroffenen gegenüberstellen. Eines Menschen beispielsweise, dessen Dilemma darin besteht, dass er Angst hat. Sowohl vor dem Virus als auch vor einem in Rekordzeit entwickelten, nach wie vor lediglich bedingt und zeitlich befristet zugelassenen Impfstoff. Und zusätzlich davor, als Ungeimpfter diffamiert, gemaßregelt ausgegrenzt zu werden. Wie kann man vor dem Impfstoff Angst haben? Er wurde doch mittlerweile millionenfach angewendet. Der Nutzen, hört und liest man, überwieget den potenziellen Schaden, der seinerseits eh nur im Promillebereich liege. Das scheint zuzutreffen. Allerdings, solch eher pauschale Aussagen helfen bei einer Einzelfallentscheidung kaum weiter. Das RKI schreibt, Zitat, Der überwiegende Teil der Covid-19-Patientinnen und Patienten hat eine gute Prognose, Zitat Ende. Dies mag auf manchen beruhigend wirken und vielleicht gar die Notwendigkeit einer Impfung relativieren. Insbesondere, wenn man davon ausgeht, dass eine natürliche erworbene Immunisierung mindestens so gut wirkt wie eine Angeimpfte. Das RKI weist allerdings auch auf individuelle Risikofaktoren hin, zu denen insbesondere das zunehmende Alter zählt. Jeder, der eine individuelle Risikoabschätzung vornimmt, und der Mensch als rationales Wesen dürfte in der Regel dazu neigen, genau dies zu tun, wird die oben erwähnten Faktoren in seine Einschätzungen einbeziehen. Die von Impfbefürwortern oftmals alleine angeführte geringe Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Impfschäden übersieht dabei allerdings die zweite Komponente eines jeden Risikos. Das Ausmaß eines möglichen Schadens. Genau darum soll es im Folgenden gehen. Diese Zahlen finden wir im letzten Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Institutes mit Stand vom 15. Juli 2021. Zitat Von einer Dunkelziffer ist nicht die Rede. Zunächst wird von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen, also der Myokarditis-Perikarditis, berichtet. Einer Entzündung des Herzmuskels, die sich mit Brustschmerzen, Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzversagen äußern kann. Neun Menschen verstarben an ihren Leiden, wobei das PEI in diesen Fällen wegen entsprechender Vorerkrankungen keinen Zusammenhang mit der Impfung sieht. Mehr Opfer forderte das Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom, das vor allem infolge der Debatte um die Sicherheit des AstraZeneca-Impfstoffes unter dem Kürzel TTS bekannt sein dürfte. Im Risikobericht heißt es, Zitat Bislang konnten keine spezifischen Risikofaktoren für die Entstehung von TTS identifiziert werden. TTS ist eine schwerwiegende Nebenwirkung, die in einigen Fällen tödlich verlief. Daher ist die frühzeitige Diagnose und Behandlung wichtig. TTS erfordert ein spezialisiertes klinisches Management. Eine leitliniengerechte Standardtherapie gibt es bislang nicht. In jedem Fall sollten Spezialisten, zum Beispiel Hämatologen, Gerinnungsspezialisten konsultiert werden. Zitat Ende. Bisher starben 25 Personen. Dazu heißt es im Bericht, Zitat Von sogenannten normalen Thrombosen ohne Thrombocytopenie wird separat berichtet. Hier bereits mit 200 Toten. Und die Thrombocytopenie, also der Mangel an Blutplättchen, den Thrombocytopenie, ohne gleichzeitige Thrombosen, führte ebenfalls zu sieben Todesfällen. Das PEI weist zwar darauf hin, dass eine Thrombocytopenie als Nebenwirkung in der Produktinformation von Vaxzevira von AstraZeneca aufgeführt wird, erwähnt allerdings nicht ihre bereits seit April 2021 gültige Einstufung als häufig, also einer bis zehn Fälle pro 100 Impfungen. Zudem starben 45 Menschen an Blutungen. Hier ist von Meldungen über Zyklusstörungen, zum Beispiel starke Menstruationsblutung, Vaginale Blutung, Zwischenblutungen, aber auch Dysmenorö und Postmenopausale Blutungen die Rede. Im Sicherheitsbericht aus Juni 2021 schrieb das PEI noch von sogenannten Kaffeesatzartigen Erbrechen vor dem Tod. Dies scheint sich nicht wiederholt zu haben. Beim ebenfalls beobachteten Guillain-Barré-Syndrom, kurz GBS, bilden sich die Symptome laut Bericht meist zurück. Guillain-Barré-Syndrom, eine akute Entzündung des peripheren Nervensystems und der Nervenwurzeln, mit der Folge einer aufsteigenden Lähmung. Zitat, Allerdings kommt es bei manchen Patienten zu einem verlängerten Krankheitsverlauf, neurologischen Restsymptomen oder relevant bleibenden Schädigungen. Zitat Ende. Oder auch zum Tod, wie in zwei, möglicherweise vier von 91 GBS-Fällen. Nun muss man sicherlich nicht immer vom schlimmsten Fall ausgehen. Doch auch die nicht-tödlichen Impfnebenwirkungen sind, wie soeben geschildert, keineswegs auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn von intensivmedizinischer Behandlung die Rede ist oder von invasiver Beatmung, dann denkt man eher an Covid-19-Fälle, aber kaum an das GBS als Folge einer Covid-19-Impfung. Das RKI schreibt in seinem epidemiologischen Bulletin 162021, Zitat, Die Erfassung von selteneren Nebenwirkungen, verzögert auftretenden Komplikationen und von Langzeiteffekten ist nur in pharmako-epidemiologischen Studien nach der Zulassung der Impfstoffe möglich. Zitat Ende. Und liefert damit dem Impfskeptiker einen rationalen Grund für sein Verhalten. Wenn die biomedizinische Leitforschungseinrichtung der deutschen Bundesregierung auf die Möglichkeit von verzögert auftretenden Impfkomplikationen und Langzeiteffekten hinweist, dann darf man Menschen, die solche Aussagen ernst nehmen und in ihre Impfentscheidung einbeziehen, nicht verunglimpfen oder benachteiligen. Ich wünsche mir sehr, dass diese Erkenntnis sich auch bei denen durchsetzen möge, die einer Covid-Impfung mit weniger Vorbehalten gegenüberstehen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. - Untertitelung des ZDF, 2020